Moin zusammen! Nach langer, langer Zeit gibt es heute mal wieder ein Video und dieses Video findet leider unter einem Stern statt, der nicht so schön ist. Ich persönlich hatte eigentlich vor einiger Zeit ja angekündigt, keine Videos mehr zu einem gewissen Herren zu machen und ich bin persönlich eigentlich auch immer noch in der Ansicht, dass ich das weiterhin nicht tun möchte. Aber es sind Dinge passiert seit Anfang des Jahres, die mich dann doch noch dazu bringen, ein paar Dinge zu sagen. Eins vorweg, weil es mir persönlich einfach wichtig ist und weil es auch ein Punkt ist, glaube ich, auf den wir uns alle einigen können. Es ist ein wahnsinnig sensibles Thema und ich bitte euch einfach darum, respektvoll in den Kommentaren zu sein, egal um was es geht. Also bei jedweder Form von Feedback oder auch Kritik, bleibt einfach bitte respektvoll. Das Thema Gebietetes finde ich einfach und als weiteres auch noch die ganzen Dinge, über die wir gleich reden werden oder viele der Dinge, über die wir gleich reden werden, sind aktuell immer noch im Raum von Ermittlungen. Das heißt, nichts ist in den Stein gemeißelt. Also alle Dinge, über die wir reden, sind keine Fakten, wir haben keine Fakten, wir wissen nicht ganz genau, wie, was sich genau zugetragen hat und dementsprechend würde ich auch bitten, dieses Video genau unter diesem Stern zu betrachten. Dieses Video ist keine faktische Aufarbeitung irgendwelcher Vorkommnisse, die sich Anfang dieses Jahres zugetragen haben und dieses Video ist sicherlich auch keine faktische Aufarbeitung Rainer Winklers Toree sexueller Auffälligkeiten. Aber es soll zumindest Versuch darstellen, das Ganze ein bisschen zu durchleuchten und vielleicht verstehen zu können, warum eventuell besagte Dinge passiert sein könnten. Der Vorfall. Wie schon angemerkt, die Details sind aktuell einfach viel zu schwammig, um über besagten Vorfall genau reden zu können. Und ich würde mir ehrlich gesagt auch in Bezug auf ein eventuelles Opfer nicht gut vorkommen, jetzt hier irgendwelche Aussagen zu treffen, die sich vielleicht später als falsch herausstellen oder in irgendeiner anderen Form nicht richtig sind. Was man auf jeden Fall weiß, ist, dass eine Strafanzeige gestellt wurde am Anfang dieses Jahres über einen Vorfall, der sich am 3.1. zugetragen haben soll. In diesem Vorfall sind unter anderem eine Dreijährige und Rainer Winkler verwickelt und es soll sich hierbei um sexuellen Missbrauch handeln. Nochmal hier vorweg, damit es auch für jeden klar ist, diese Dinge sind aktuell Teil von Ermittlungen. Da ist noch nichts klar, was da genau gelaufen ist und dementsprechend finde ich es auch wichtig, genau unter diesen Gesichtspunkten weiter zu verfahren. Denn Vorverurteilungen sind nicht nur schlecht, weil man eventuell Leute damit beschuldigt, die gar nichts getan haben, sondern Vorverurteilungen können auch Ermittlungen behindern und das wäre bei so einem drastischen Fall, finde ich, ziemlich scheiße. Was wir wissen, ist nicht viel. Wir wissen auf jeden Fall, hier hat sich wohl ein Vorfall ereignet, der sich aber irgendwie an eine gewisse Historie sexueller Auffälligkeiten anschließen wird. Und genau diese Historie sexueller Auffälligkeiten schauen wir uns jetzt mal genauer an. Rainer fiel schon eigentlich von Anfang an durch ein sehr sexualisiertes Verhalten auf. Also egal, ob man mit Rainer mal die Chance hatte, am Anfang im Teamspeak zu reden oder auch wenn man mal früh in seine Streams reingeguckt hat, Sex war immer mal wieder ein Thema für Rainer. Und das natürlich dann umso mehr im Teamspeak unter seinen Vertrauten und Drachis und Pseudofreunden und so weiter und so fort. Und dort kamen schon von Anfang an ja Themen auf, die ja zumindest seltsam waren. Also wir hatten von Anfang an ja das Thema mit den großen Wassertieren. Die letzten zwei Fragen für heute. Fiona hat gefragt, mit welchem Tier möchtest du gerne Geschlechtsverkehr haben? Also ich bin ja eigentlich kein Fan von Zoromie. Wenn ich mir allerdings ein Tier aussuchen würde, dann wäre es entweder ein Pferd, also sowohl ein weibliches als auch ein männliches eventuell. Oder allgemein vielleicht irgendwelche großen Wassertiere irgendwie. Ja, darüber erzählt hat oder davon geredet hat, dass er ja schon prinzipiell ein Interesse an zoophilen Handlungen hat. Kern ist natürlich der Geschlechtsverkehr mit einem großen Wassertier nichts anderes als eine zoophile Handlung. Aus dem Zeitraum, sollte man sagen, stammen dann auch Aussagen über Rainers erste sexuelle Erfahrung. Und da gibt es verschiedene Aussagen dazu und auch viele Aussagen, die man wahrscheinlich als Schwachsinn abhaken kann. Aber da ist eine Aussage dabei oder eine Erzählung dabei, die Rainer in den letzten Jahren immer wieder getätigt hat. Und die ich auch als mehr oder minder wahr einordnen würde. Und zwar sein erster sexueller Kontakt, den er damals mit einem Rollstuhlfahrer hatte. Ich finde auch Jungs im Rollstuhl richtig attraktiv. Ich auch. Habe ich übrigens schon mal gehabt, ne? Was? Ja. Habe ich nur nicht erzählt, ne? Nee. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Hast du was mit einer Rollstuhlfahrerin gehabt? Nee, mit einem Kell. Mit Cookie? Nein. Nee, das war, das war zwar damals auch als 16-Jährliche. Äh. Aber ich war damals auch als 17. So weit, so gut. Also wir reden hier von zwei, laut Reiners Aussage wohl damals, Jugendlichen, die die ersten sexuellen Erfahrungen miteinander gemacht haben. Das wäre jetzt erstmal nicht problematisch. Was aber vielleicht an diesem ganzen Ding problematisch ist, wird klar, wenn wir in der Historie dann voranschreiten. Und zwar relativ schnell tauchen dann auch von Rainer Sexgeschichten auf. Eine der berühmteren ersten Geschichten, würde ich sagen, ist Sex im Metal-Alter. Was ja primär von allen Trollen und Hatern, ja, als humoristisches Werk betrachtet wurde oder als Ding, was man nicht wirklich ernst nehmen kann. Was aber in Details trotzdem schon zu denken gab. Also wir, ich will es gar nicht so weit ausführen hier. Aber Rainer versetzt sich in Teilen dieser Geschichte in die kindliche Perspektive oder in seine kindliche Perspektive. Und hat dann in dieser kindlichen Perspektive auch Geschlechtsverkehr mit erwachsenen Frauen. Also mit Frauen, die, ja, wesentlich älter sind, als er. Ich glaube, sein Charakter ist zu diesem Zeitpunkt sieben und die Person, mit der er verkehrt, ist über zwanzig. Also würden wir hier definitiv von einer, ja, pädophilen Handlung reden. Und schon damals hat Rainer diese Dinge aufgebracht. Man hat sie vielleicht nicht als das wahrgenommen, vor allem, weil Rainer aus seiner eigenen Perspektive betrachtet. Und auch, weil die Szenen, die er geschildert hat, total trashig und auch irgendwie absurd waren. Aber im Kern ist es eine pädophile Erzählung. Und diese pädophile Erzählung schließt eigentlich im Gesamten an etwas an. Und zwar Rainer scheint ein wahnsinnig großes Interesse an vulnerablen Personengruppen zu besitzen. Vulnerable Personengruppen sind für ihn aus irgendeinem Grund wahnsinnig interessant. Und das lässt zwangsläufig eigentlich tief blicken. Denn warum sollte ich mir denn erstmal als normaler, gesunder Mensch, der eine normale, gesunde, in Anführungsstrichen normal hier auch mal bitte zu betrachten, aber eine normale Sexualität besitzt, immer nur vulnerable Gruppen aussuchen? Tiere sind definitiv eine vulnerable Gruppe. Menschen, die im Rollstuhl hocken oder in eine andere Form einer Körperbehinderung besitzen, sind definitiv vulnerable, was Sexualität oder Geschlechtsverkehr angeht, weil ihr Bewegungsapparat einfach eingeschränkt ist. Kinder brauchen wir gar nicht drüber reden, ob das vulnerable Personengruppen sind. Und auch alle anderen Personen, die Rainer prinzipiell beschreibt, sind irgendwie immer vulnerable. Also auch in den Hausmädchen-Stories reden wir ja von Hausmädchen. Natürlich könnte man dann sagen, Rainer hat sich halt viel zu krass wieder von irgendwelchen Monster-Titten-Mangas inspirieren lassen, in denen halt Hausmädchen vorkamen. Aber man kann auch bei Hausmädchen in der Position, wie sie Rainer beschreibt, von vulnerablen Personen reden, die einer anderen Person hörig sind. Und dementsprechend ja auch Handlungen ausüben. Also zumindest bei Sex im Metal-Alter wird das, glaube ich, so in der Art und Weise nicht explizit klargemacht, dass sozusagen ein besagter König oder wer auch immer da oder Ritter die Magd sozusagen dazu zwingt, das zu tun. Aber es lässt sich natürlich aus dem ganzen Geschehen ja schon herausdeuten. Also die ganze Szenerie ist sehr absurd, aber wenn man versucht mal, diese Szenerie in einer gewissen Ernsthaftigkeit zu sehen, weil diese gewisse Ernsthaftigkeit hat Rainer bei dem Kreationsprozess definitiv besessen, dann gibt es ein Bild ab, das schon sehr gruselig ist. Und dieses Bild, das wird dann getoppt. Wir haben eben in den letzten Jahren ja den Auszug aus der Schanze gehabt. Und das ist ein wahnsinnig drastisches und einschneidendes Erlebnis für jedes Individuum. Eine anstehende Obdachlosigkeit wird, glaube ich, jedem von uns wahnsinnig viel Angst machen und würde, glaube ich, auch bei jedem von uns erstmal zu einer Verschlechterung der psychischen Allgemeinheit führen sozusagen. Und das finde ich interessant, denn zuvor haben wir Rainer, der Geschichten schreibt, die grenzwertig sind oder die vielleicht auch die Grenze schon überschritten haben. Aber irgendwie bewahren sie alle noch eine sortierte Form, könnte man sagen. Man muss auch bedenken, und das glaube ich auch ganz stark, dass Rainer mit diesen Geschichten auch immer mal wieder austesten wollte. Wie weit kann man gehen? Was finden die Leute normal? Und dieses Austesten wird dann spätestens nach dem Auszug im Blog klar. Und das finde ich eigentlich den wahnsinnig interessanten und auch entscheidenden Punkt, weil wir sehen hier eine absolute Dramatisierung der sexuellen Vorlieben, die er hat. Also diese Vorlieben wird er wahrscheinlich schon länger besessen haben in den Gedanken, aber auf einmal äußert er diese. Und ich glaube, es liegt daran, weil Rainer auf einmal nicht mehr diese psychische Konstitution besessen hat, um zu filtern, um zu filtern, zu sagen, ist das jetzt noch normal, sozusagen. Nicht, weil Rainer vielleicht selber denkt, dass es unnormal ist, aber weil er weiß und schon mal irgendwie am Rande versteht, dass die Gesellschaft Vergewaltigung, Sexualität mit Tieren und Kindern und so weiter halt nicht als normal betrachtet. Diese Umsichtigkeit, solche Dinge vielleicht nicht zu veröffentlichen, die fällt, glaube ich, dann auch weg. Weil dann haben wir auf einmal Geschichten, die drastischer nicht mehr sein könnten. Wir haben Vergewaltigungsfantasien in verschiedener Form, also einmal in Prima Noctis verarbeitet. Da geht es im Endeffekt nur um eine Vergewaltigung, aber auch in Form der Geschichte mit seinem Vater. Interessanter hierbei finde ich die Sache mit der Prima Noctis-Geschichte und die schließt sich inhaltlich für mich auch ein bisschen an das Gedankenmuster an, das Rainer, glaube ich, hier walten lässt im Endeffekt. Also ich glaube, Rainer versucht mit seinen Geschichten einerseits schon seit Jahren auszutesten, auszutesten, was der Rahmen des Okayen ist. Und spätestens mit dem Blog wollte er das Final austesten und auch ausreizen. Schauen, wie hart kann ich praktisch gehen? Was können die Leute noch akzeptieren? Und da muss man natürlich auch sagen, dass dann natürlich viele Trolle wahrscheinlich dann übel Werk getan haben, indem sie halt auch Geschichten an ihn gesendet haben, deren Inhalt ja absolut grotesk ist, die Rainer aber dann wahrscheinlich auch als normal betrachtet hat. Dieses Blogschreiben dient aber, glaube ich, auch noch einer ganz anderen Sache, und zwar Absolution. Ich glaube auch, dass Rainer seit Jahren diese Dinge schreibt und in Geschichten verpackt, weil er sich selber ein Stück weit, glaube ich, eine Absolution schaffen will. Ich glaube, es ist Rainer bewusst, dass gewisse Neigungen, die er besitzt oder besitzen könnte, nicht ganz normal sind und von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Und ich bin nicht überzeugt davon, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Rainer in den letzten Jahren zumindest in einem kurzen Gedankenblitz zur Idee kam, dass das Veröffentlichen unglaublich vieler widerlicher Sexgeschichten ja dazu führen könnte, dass die Leute deren Inhalte auf einmal normal finden. Und ich glaube auch, dass das das ist, was Rainer vor allem mit dem Blog am Ende versucht hat. Also ich glaube, Rainer hat spätestens in der Obdachlosigkeit gemerkt, was für Tendenzen er denn eigentlich wirklich hat. Ich glaube auch, dass er das spätestens im intensiveren Umgang mit Mona gespürt hat, auch wenn die wahrscheinlich nie wirklich Geschlechtsverkehr oder sexuellen Kontakt hatten. Aber da wird der Leidensdruck auf jeden Fall massiv gestiegen sein. Und dann steigt natürlich auch die Fantasie. Und das sehen wir dann in Verarbeitung, in Form von Prima Noctis und Co. Und dann kommen wir natürlich im großen Bogen somit zurück auf die Geschichte vom 3.1. dieses Jahres. Ist es nun realistisch? Ist es nun möglich, dass ein Rainer Winkler sich vielleicht wirklich an einer Dreijährigen vergriffen hat? Sagen kann man es nicht. Aber man kann es, glaube ich, auch nicht ernsthaft ausschließen. Es gab in den letzten zehn Jahren zu oft die Momente, in denen Rainer Dinge getan hat, Dinge veröffentlicht hat oder in denen Dinge von Rainer rausgekommen sind, die eigentlich alle Alarmglocken hätten anmachen müssen und die bei vielen Leuten ja auch Alarmglocken über Jahre hinweg angemacht haben. Aber es kam trotzdem nie zu dem Punkt, wo man vielleicht gesagt hat, okay, jetzt ist Schluss. Und warum kam es nie zu dem Punkt? Und ich glaube, die Frage, das ist die Frage, die gerade aktuell so am allergrößten im Raum rumschwirrt bei vielen Leuten. Und zumindest habe ich das Gefühl bei Twitter und ich habe da selber auch keine Antwort drauf. Aber ich glaube, es ist leider auch ein Stück weit die Natur der Sache. Es ist halt die moralische Ambiguität des Trollens. Die Sache möchte sich so fluival zwischen in Ordnung und nicht in Ordnung halten. Und das sehen wir natürlich auch in anderen Bereichen. Also wer mal eben, ich sage es immer wieder, aus guten Gründen, schaut euch LOL-Chaos in den USA an, schaut euch Trolle in den USA an und ihr werdet mit den Ohren schlackern, wenn wir aktuell über Rainer Winkler reden. Dann ist es da prinzipiell eine Normalität, was LOL-Chaos angeht, was so Leute angeht. Und ich glaube, diese Normalität, die wir dort sehen, das ist halt auch eine Normalität, die sich dann wiederum bei uns ja auch ein Stück weit irgendwie einschleicht. Und ich glaube auch, dass Rainer ein Stück weit darum weiß. Also ich glaube auch, dass Rainer darum weiß, dass viele von uns, zumindest beim Trollen, moralisch sehr flexibel sind. Und ich glaube aber nicht, dass Rainer da trennen kann. Also ich glaube nicht, dass halt Rainer versteht wiederum, dass es halt eine Trennung bei vielen Trollen gibt zwischen der Internet-Persona und dem Privatmenschen. Und ich glaube auch, dieses Unverständnis der Trennung, dass eben Trolle Dinge posten, die nicht in Ordnung sind, führt bei Rainer über die Jahre hinweg dazu, dass auch diese Dinge sich dramatisiert haben. Also ich glaube auch, dass Rainers aktuelle sexuelle Wunschfantasien auch ein Stück weit darauf basieren, was man ihm die letzten Jahre ja so ein bisschen vorgeworfen hat. Also nicht vorgeworfen hat im Sinne von Rainer, du hast das und das falsch gemacht, sondern wirklich in Form von Häppchen vorgeworfen hat. Am Ende lässt sich auf jeden Fall, denke ich, eins sagen zu dem ganzen Thema. Die ganze Sache ist horrible. Die ganze Sache macht einen unangenehmen Geschmack im Mund. Ganz klar, auch für mich. Ich habe mich da zehn Jahre auch an diesem Game beteiligt und bin ja jetzt gerade irgendwie wieder beteiligt daran. Und das auch in verschiedener Funktionen. Und dann muss ich sagen, fände ich es einfach auch nicht in Ordnung, irgendwie wenn dann sowas passiert, irgendwie gar nichts dazu zu sagen. Und dementsprechend fand ich es wichtig, heute was dazu zu sagen, was halt nicht jeder tut. Und zwar, hey Rainer, das ist voll schlimm, wenn es so ist. Ja, es ist voll schlimm. Aber vielleicht ist es halt sinnvoller, erst mal zu gucken, ist es möglich? Und ich vermute leider, ja, es ist möglich. Ob es sich dann wirklich so zuträgt, das werden Behörden ermitteln müssen. Ich hoffe, da werden endlich mal Ergebnisse dann in nächster Zeit zu Tage gefördert. Und ich hoffe auch, dass man da nicht diese Sträflichkeit an den Tag legt, wie man sie die letzten Jahre eventuell bei gewissen anderen Momenten hat walten lassen. Mal hier Datenträger erwähnt und Co. Die hatte man nämlich und die hätte man auswerten können. Ich bin bis heute davon überzeugt, dass die Auswertung gewisser Datenträger auch dazu geführt hätte, dass man Dinge gefunden hätte, die für Rainer zumindest problematisch geworden wären. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Punkt und der ist, glaube ich, nicht minder interessant. Und zwar Uwe Haag und die Pension. Als ich das gehört habe, dass Rainer bei Uwe Haag in der Pension ist, sind mir mal ganz kurz die Ohren geschlackert. Denn wer sich ein bisschen mit Nazi-Umtrieben in Ostdeutschland auseinandergesetzt hat, dem wird dieser Herr bestimmt kein Unbekannter sein. Uwe Haag selber ist ein überzeugter Neonazi und macht daraus auch gar kein Hehl. Seine Frau, die Frau Ring, ist ebenfalls eine NPDlerin, die auch für den Gemeinderat kandidiert hatte. Und die Pension Haag ist eigentlich seit 2010 durchgängig ein Anlaufpunkt für viele, viele Nazis. Also 2010 fand dort ein NPD-Vereinslokals Eröffnungstreffen statt. Da haben sich knapp 100 Neonazis zu eingefunden. Im Jahr 2013 fand dort ein Konzert statt, wo sage und schreibe 700 Personen aus dem rechtsradikalen Milieu sich irgendwie an der Pension eingefunden hatten. Und auch im Jahr darauf gab es nochmal so eine Großveranstaltung, wo dann auch Lunikov und Nahkampf aufgetreten sind. Also zwei szenemäßig große, große Bands. Also man muss zu dieser Pension Haag sagen, auch bei allem, was die Leute natürlich jetzt aktuell ganz berechtigterweise darüber schreiben, wie der Herr total lächerlich mit seiner Axt in der Hand da über die Straße läuft und auch ganz offensichtlich einen sehr alkoholisierten Eindruck macht. Dieser Mann ist nicht ungefährlich. Und dieser Mann ist auch gut vernetzt in neonazistischen Kreisen. Das ist ein Fakt. Also man schafft es nicht, wenn man gut vernetzt ist, mal eben so ein Konzert mit 700 Gesinnungsgenossen auf die Beine zu stellen und dann auch noch so große Acts wie die Lunikov-Verschwörung da irgendwie anzukarren. Nee, da ist eine Vernetzung da, da ist eine Struktur vorhanden und auch die politischen Bestrebungen seiner Frau sind eigentlich absolutes Anzeichen dafür, dass die Region, in der sich Rainer da gerade befindet oder zumindest auf jeden Fall der Ort explizit, den kann man fast als national befreite Zone bezeichnen. Und dann muss man natürlich irgendwie zur Frage kommen, warum passiert das? Also warum hat denn Uwe Haag, der definitiv ein überzeugter Nazi ist, ein Interesse, Rainer irgendwie Gast und Logis zu geben? Das wirkt ja erst mal sehr absurd, weil Rainer könnte man mal ganz grob oberflächlich als einen bisexuellen oder in den letzten Jahren eigentlich eher homosexuellen, übergewichtigen Arbeitslosen einkategorisieren. Und das sind alles Dinge, die ja, wie wir alle wissen, unter Nazi-Kreisen ja eigentlich nicht beliebt sein sollten. Weil, naja, wir kennen ja besagte Thesen, die dann dazu führen, dass diese Leute ja anscheinend kein wertes Leben sind. So, was bringt jetzt ein Uwe Haag dazu, dieses angeblich unwerte Leben bei sich behausen zu wollen? Und diese Frage kann man sich stellen und die lässt sich, glaube ich, nicht wirklich beantworten, aber es gibt zumindest eine Vermutung, die ich hierzu habe. Und zwar, wir sehen in den letzten Monaten etwas sehr, sehr Interessantes im Drachengame. Und zwar eine Entwicklung, die es schon seit Jahren gibt, aber die in den letzten Monaten, glaube ich, viel, viel mehr zum Tragen kommt. Jeder von uns hat den Satz schon mal gehört, das Game bleibt rechts. Seit Jahren posten Leute das immer mal wieder aus Ernsthaftigkeit oder aus Spaß irgendwo in die Kommentare. Aber was steckt da eigentlich dahinter? Und zwar dahinter steckt natürlich prinzipiell schon eine Gruppe, die sich diesem Kreis zuordnen lässt. Also es gibt mittlerweile im Drachengame definitiv auch Nazis, die ganz klar darum buhlen, irgendwelche Hater für sich zu akquirieren. Ich empfehle jedem, oder eigentlich tue ich es nicht, aber ich empfehle es trotzdem. Schaut doch mal des Nachts auf Discord oder Telegram in die großen Discords oder großen Telegram-Kanäle in die Chats und dann guckt mal, was am Wochenende da so passiert. Und dann wird euch relativ schnell auffallen, dass dieses Hitler-Bilder und SS-Bilder gepostet, was da stattfindet, halt nicht so viel mit der Trollerei zu tun hat, die wir alle kennen, sondern dass da auch immer dann wieder Propagandamaterial eingestreut wird oder sogar Handbücher der Waffen-SS, wie man was und was tut. Und wenn man dieser Trail dann folgen mag, weil man dann doch interessiert ist als Hater und sich denkt, oh, Nazis fand ich nie so blöd, es liest sich interessant, dann kommt man auch in das Große dahinter und dann landet man in irgendwelchen Nazi-Telegram-Gruppen, wo dann ganz viel ekliger Kram geteilt wird. Also das sind wirklich Entwicklungen, die wir in den letzten Monaten im Drachengame haben. Und die sind nicht nur mir aufgefallen, es gibt etliche User, die mir auch immer mal wieder geschrieben hatten, mit, hey, was passiert da eigentlich nachts auf Telegram und auf Discord? Und ich glaube, auch viele andere haben das schon mal erwähnt, irgendwie unter Videos von mir mit Medienlord. Guck mal, der, der und der Discord, da passiert nachts das und das, warum passiert das dort? Ja, das ist der Grund. Und warum passiert das jetzt eigentlich? Und zwar, wir brauchen nicht drüber diskutieren, dass Trollen im Allgemeinen einen sehr schmalen Grad geht zwischen infantiler Witzemacherei und Menschenverachtung. Das ist ein Fakt. Trollerei ist ein schmaler Grad zwischen es ist lustig und es ist menschenverachtend. Und dieser schmale Grad, der wird schon seit eh und je von etlichen politischen Rändern gerne ausgenutzt. Und natürlich auch von rechten Rändern. Und dieser schmale Grad wird natürlich dann auch bei Rainer ausgenutzt. Und das sehen wir seit vielen, vielen Jahren immer mal wieder. Wir sehen es aber gerade bei Rainer in zwei ganz speziellen Formen. Und zwar, wir haben einerseits die Neurechte-Bubble. Ich würde sie jetzt mal ganz grob unter Schlomo Finkelstein und den Schatti und wen es da noch alles sonst so gibt einordnen. Und die Altrechten. Die Neurechten haben Rainer als das verstanden, was er prinzipiell ist. Und zwar eine Lolkau, mit der man eben Strömungen betreiben kann, also Leute auf seine Plattform ziehen kann und sich ein bisschen lustig über den dicken, minderbemittelnden Mann machen kann. Warum man das natürlich in dem Fall tut, ist natürlich nicht aus der Trollerei, wie wir das halt meistens tun, weil wir halt einfach denken, das dumme Dickerchen ist halt irgendwie witzig. Oder zumindest ist es das, was wahrscheinlich über die letzten Jahre oftmals gegolten hat. Sondern dahinter steckt natürlich dann schon diese ganz bewusste Menschenverachtung. Also, dass das kein Mensch ist, den man irgendwie braucht oder der einen Nutzen hat. Diese Menschenverachtung, die lässt man dann natürlich schön einfließen. Das funktioniert und das lässt sich fast tun, ohne dass es bemerkbar wäre. Das tun Neurechte, die haben das wesentlich besser verstanden, als ihre, ja, Altrechten Pendants. Die wiederum erkennen Rainer irgendwie in der Mehrheit als schützenswerten Volksgenossen. Fragt mich nicht, warum. Aber ich habe es immer wieder erlebt, auf Twitter oder auch auf YouTube oder auch in Discords, dass es wirklich Nazis gibt, die Rainer als ihren schützenswerten Volksgenossen verstehen, den man verteidigen muss. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, warum passiert das? Ich vermute, und es ist nur eine Vermutung, warum es passiert, ich vermute, es passiert aus folgendem. Diese beiden politischen Ränder sind im gesamtpolitischen Aspekt betrachtet wahnsinnig unbedeutend und spielen prinzipiell gar keine Rolle. Also weder einen Schlomo Finkelstein noch einen Schattenmacher haben in der Bundesrepublik oder in Europa oder sonst irgendwo einen Stellenwert. Die Leute haben zwar ein paar Klicks auf Twitter und so weiter und so fort, aber am Ende verändern sie politisch rein gar nichts. Das gilt aber auch auf der Gegenseite genauso für NPD, Frank Franz und Co. Das wissen die, das verstehen die, das merken die ja auch an ihren Zahlen. Also zumindest eine NPD merkt es daran, dass hier halt im Endeffekt komplett im Arsch ist und nicht mehr relevant ist und ein Schattenmacher und ein Schlomo Finkelstein werden es halt daran merken, dass im Endeffekt außer ihrer Internet-Community nicht wirklich was existiert. Jetzt hat man das Problem, dass es aber einen Verteilungskampf darstellt, denn im Endeffekt teilen sich beide im Kern die gleichen Thesen. Die einen sind vielleicht ein bisschen extremer als die anderen und die einen sind vielleicht ein bisschen kreativer als die anderen, aber am Ende ist genau der gleiche Kram. Dieser Verteilungskampf findet vor allem im Netz statt. Und in diesem Netz und vor allem in diesem Twitter oder X heutzutage rennt auch ein anderer Internetkampf rum und zwar diese große Trollerei um Rainer Winkler und schon vor Jahren haben das Nazis als Ding erkannt, dass man da Leute rausziehen kann. Denn man muss einfach sagen, da wo viele Leute sind, die Trollerei eben als das verstehen, als dass ich es verstehe und ich glaube auch die meisten von euch verstehen und zwar nicht als gelebte Menschenverachtung, sondern mein Gott, der Typ ist halt witzig und irgendwie ist es halt total absurd, was ich da sehe und ich kann mich daran irgendwie unterhalten. Man kann es jetzt als schlechten Humor einsortieren, aber es ist bestimmt keine Menschenverachtung. Und dann gibt es natürlich die andere Gruppe, die vielleicht auch gar nicht intellektuell definieren kann, warum sie sich bei Rainer lustig macht. Und diese Gruppe ist natürlich dann ideal, um sich fangen zu lassen für solche Gruppierungen. Und ich glaube ein Stück weit, ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass ein Uwe Haag, der ja auch vom Alter her prinzipiell als Internetboomer bezeichnet werden kann, da irgendwie Gedanken zu hat eventuell, dass man doch damit Rainer irgendwie Leute anziehen könnte und so weiter und so fort. Und das würde wiederum auch für mich diese KDF-Geschichte ein Stück weit erklären. Also ich glaube auch, dass diese KDF-Sache nicht auf Rainers Mist gewachsen ist oder nicht komplett alleine. Ich glaube nicht, dass Rainer komplett alleine auf diese Kommunen-Idee gekommen ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich es mir vorstellen kann. Und zwar entweder Rainer merkt halt jetzt nach x Monaten in der national befreiten Zone, ohne dass er so eine Gemeinschaft, die eingeschlossen ist und in die niemand reinkommt, total geil findet, wenn er da einfach sein kann, was er ist. Oder weil ihm halt ein Uwe immer mal wieder sagt, na Rainer, du bist doch bekannt im Internet, da könnten wir doch bestimmt Leute hierher holen. Und so weiter und so fort. Ich würde sagen, damit schließe ich erstmal dieses Video. Ihr könnt es hier hören, sorry. Ich hatte sehr viel Skript hier rumliegen. Und ich habe es hier trotzdem versucht, so kurz wie möglich zu halten und auch so überschaubar wie möglich. Und ich habe eigentlich ehrlich gesagt auch nicht mehr vor, mich zu dieser ganzen Sache nochmal zu äußern, außer wir wissen endlich, was da vorgefallen ist. Und je nachdem, was da vorgefallen ist, werde ich mich dazu aber dann trotzdem auch nicht äußern. Also sollte wirklich rauskommen, dass Rainer das getan hat, werde ich mich dazu nicht mehr äußern, weil ich glaube, dann braucht man dazu auch nichts mehr sagen. Dazu ist dann alles gesagt. Um dazu Videos zu machen, wäre wirklich einfach nur das Ausschlachten eines Vorfalls, der für ein Kind wahnsinnig grausam ist im Endeffekt so. Und da möchte ich mich dann nicht dran beteiligen. Also irgendwo hat es dann auch Grenzen. Genau. Sollte sich aber herausstellen, dass Rainer vielleicht doch nicht das getan hat, was man ihm aktuell vorwirft, dann kann es natürlich sein, dass ich mich auch nochmal zu dieser Sache äußern werde. Aber das liegt auch, denke ich, dann sehr daran, was wir dazu erfahren werden. So. Bis zum nächsten Video. Wünsche ich euch eine gute Zeit. Das nächste Video wird dann wieder normaler Content und nicht mehr dieser Drachengedönsel-Krams, zu dem ich auch gar nichts mehr machen wollte, sein, sondern wird wieder normaler, inhaltlicher und intellektueller Kram sein, auf dem ich dann in Zukunft auch wieder gerne weiterverfahren möchte. Ich wollte heute einfach über diese Sache reden und das wirklich allein aus dem Grund, ich mich in den letzten zehn Jahren am Game beteiligt habe, in irgendeiner Form, also als Zuschauer, als hier Content Creator oder auch mal als angeblicher bester Freund von Karl Dall und Endboss. Und dementsprechend hat man dann, finde ich, auch irgendwie die Pflicht, mal kurz was zu sagen. Genau. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao.